Und ... nein, jetzt bleiben wir hier. Hier haben wir noch 2 Truhen und 3 Shanties. Wollen wir mal. Und dies sind 2 Truhen. Und dies sind 2 Truhen. Und dies sind 3 Truhen. Warum ... Habe ich die noch nicht gerollt? Wir holen aber später. Ob jetzt? Wollt. 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 Oh, 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 oh. Was ist das? Da ist sie. Calm. Untertitelung. BR 2018 Ich habe mir die ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich fahre ihn doch. Nooo. Kommen die? Nee. Dankeschön. Hier kommt ich mal! Ja, ich bin ein Blanko klar! Ja, ich bin ein Blanko klar! Nix mit Blanko klar! Ihr sucht falsch! Ach komm! So, wo ist die letzte Kiste? Wo ist die letzte Kiste? Die ist da oben! Nein, ich brauche doch keine Tänzerinnen jetzt! Für was denn? So viele schöne Häusle! Fehlt noch Baumotors! Wasser! Leider! Er... Er... Da macht es auch so, okay. So geil. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Okay. Ah ja. Hol uns die Kistau? Ich werde ihn nicht wiederholen. Hier rein? Okay Was war jetzt das? Glaubt man das? Kannst du hier nicht rauf? Nee Okay Ich kann hier Ja komm, beweg dich Ich Es mi ultimo advertentium. Ok. Okay. Schön im Kreis. Auf. Und noch mal das Spiel von vorne. Alle, hopp. Juiiii. Ja, kommt. Chicos. No te escaparas. No te escaparas. Así como así. Quieto ahí. Ya te cansarás. Un blanco claro. Oh no. Keine blanco claro. Ihr seid zu langsam. Lass mich du. Lass mich du. Abgewehrt. So ne Frechheit. Los Idiota. Ich frage mich. Wer ist ein Idiota? Ich frage mich. Ich frage mich. Hopp. Kommt schon. Kommt schon. Hehehe. Ja und jetzt. Du musst mich nicht zu Boden schmeissen. Du musst mich stechen. du musst mich feststellen. Du musst mich nicht zu Boden schmeißen. Guck mal. Du musst mich nicht zu Boden schmecken. Du musst mich nicht zu Boden schmecken. Ja und. Äh eh 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 eh. Hey, ihr werdet langsam frech. Hopp, gehen wir wieder auf. Hopp, hopp. Und alles nur wegen einer blöden Kiste. Hopp. 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 Ja, ja. Kein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das war ein Luftschuss. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen halt auch laden. Kommt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt wirst du aber frech. Checky. So, wo ist die blöde Kiste? Äh, was ist das da? Ach, gefangen. Nein. Natürlich. Danke, Edward. Ich hole die anderen. Ja. Okay. Okay. Hat's noch mehr? Hier drin. Ja. 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 Hier drin. An помna. Ja. Kommt. ...man kann's dir runter. Danke schön. Na. Ja. Okay. Okay, get off. runter ja, es hakelt gibt es jetzt hier noch mehr drin? nee so nur noch die Chantilles die Chantilles aber die interessieren mich nicht im Moment das ist jetzt das Karibisches Meer ok, gehen wir da hin kann ich hier nicht schnell reisen? kann ich zum Schiff? nein kann ich zum Turm? hier ja, dankeschön dann gehen wir ab zum Schiff Richtung Wasser auf die See ja, komm, zeig, haste gibts den ja, zwei Schuss ok auch Bombe voll äh äh ok 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 das finde ich auch ja 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 So, das ist mein Schiffel voll, hier, und sein. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.